Finder, ich habe gute Nachricht. Königin Hambi hat soeben den Palast verlassen. Das ist deine Chance. Vielleicht ist es die einzige Gelegenheit, Nairo zu retten. Die einzige Gelegenheit, Nairo zu retten. So, können wir denn jetzt schon dahin? Kann ich jetzt hier schwimmen? Ja, kann ich, Leute. Ich kann sogar hier unter... Ja, wunderbar. So freut mich das, Leute. Oh, boah. Wo ist das wieder hier? Ach, habe ich eh da? Wie ich doch den Geruch und den Klang der See vermisse. Vor langer Zeit war ich der beste Musiker der Zora. Mit einem Instrument könnte ich in Erinnerungen an meine Jugend schwelgen. Einfach mal testen, Leute. Entweder ist das Tauschgeschäft oder wir müssen mir etwas vorspielen. Okay, sieht das Tauschgeschäft aus. Was hätten wir denn derzeit? Eine Hundemaske. Und hier der nächste Anzug. Die Haut der Sagengestalt. Ah, da würden wir durchkommen. Gut, brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, und dann sind wir hier. Schön, dann haben wir jetzt hier eine Abkürzung, Leute. Da sind wir zu vorein. Und hier geht es dann gar nichts mehr weiter. Na gut. Ja, soll ich dann jetzt Königin Ami machen? Oder erst später? Hm. Ich weiß es noch nicht, Leute. Ich würde tatsächlich mich jetzt erst wieder ein bisschen umsehen wollen. Das Fluss brauchen wir nicht mehr. Sehr, sehr schön. Äh. Okay. Ah, interessant. Sind das Gräser? Kann ich die schlagen? Tatsache. So, geschafft. Okay, hier geht es leider nicht mehr weiter. Ja, auch hier oben nicht. Mhm. Wir sehen uns hier jetzt überall um, Leute. Wir sehen uns hier oben nicht mehr. Schön. Und da kommen wir dann dorthin. Hier haben wir sonst nichts mehr. Und hier auch nicht. So, rechts oder links? Mal rechts. Links wäre tatsächlich eine Sackgasse. Rechts würde es weitergehen. Ah, interessant. Ja. 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 Schön, dass wir hier jetzt überall hin können, Leute. Und uns das auch überall umsehen können. Und uns das auch überall umsehen können. Und uns das auch überall umsehen können. So. Ah, ich hatte mir gedacht, dass es vor mir auftaucht. die Augenhöhe ist leer, was wohl dorthin gehört? Tja. 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 Haben wir offenbar noch nicht was dorthin gehört. Ich glaube, da rechts war ich noch nicht. Doch, war ich schon. Okay. Da ist das Floß. Sehr interessant, Leute. War ich hier nicht schon? Hm. Hm. Hier war ich schon. Hier hatte ich angefangen. Dann gehen wir mal hier links weiter. Hier gibt es dann gar nichts mehr. Okay. Okay. Hier kommen wir nach unten und nach rechts. Würden wir hier auch. Gehen wir mal nach. Schwimmen wir mal nach rechts. Okay. Ich vermute mal, dass wir hier aber unter Wasser durchkommen. Genau. Super. Ich habe dieses Treibhaus am Rear gefunden. Komisch. Jetzt warte ich hier schon eine halbe Ewigkeit, aber der Eigentümer lässt sich nicht blicken. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe es die ganzen Jahre überpoliert. Deshalb grenzt es so. Du erhältst ein Eisenschild. Wenn du den wahren Eigentümer betreffst, musst du meinen Namen nicht unbedingt gewöhnen. Ich brauche nämlich kein Dankeschön. Wie? Falsch. Wir haben den Level 2 Schild, Leute. Der Eisenschild. Ein großer Schild. Super. Hat sich gelohnt. Dann mal hier unten weiter. Okay. Mal hier runter weiter. Hier scheint nichts mehr weiter zu sein. Und auch hier ist nichts weiter. Na gut. Dann da oben links. Oh. Eine Höhle. Hier kommen wir an sich nicht weiter. Ah, da sind wir. Hier würden wir tatsächlich weiterkommen. Hier aber auch. Okay, gehen wir mal. Schwimmen wir mal unten weiter. Nein. Okay, die tun weh. Oh, da würde es aber links weiter gehen. Ich möchte aber erst mal hier weiter. Kann ich da irgendwie springen oder so? Nein. Hm. Ja, schade. Geht leider nicht. Da bräuchten wir wohl irgendeinen Gegenstand, den wir noch nicht haben. Und auch hier kommen wir noch nicht weiter. Aber hier ging es links weiter, oder? Nein, das war offenbar erst beim nächsten Mal. Nein, ich war doch fast vorne. Hier ging es links weiter, aber hier nicht, oder? Genau, hier nicht. Jetzt können wir also hier entlang. Hier unten geht es nicht mehr weiter. Okay, Leute, dann gehen wir hier mal in die Zukunft. Hier waren wir noch gar nicht. Offenbar. Hm, gehen wir erst mal weiter runter. Die Vergangenheit hätten wir jetzt aber fast durch, Leute. Okay, ich möchte nach rechts. Oh. Okay, schade. Ist hier einfach mein Zoha, Leute. Okay, mal sehen, was wir hier noch haben. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Hier an sich auch nicht. Hier waren wir ja eigentlich schon überall. Okay, mal links weiter. Oder erst mal rechts weiter. Erst mal rechts weiter. Dann doch. Vielleicht mal. Oh, da kommen wir rein, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann hier nicht auftauchen. Nein, ich kann hier nicht auftauchen. Auch hier kann ich nirgends auftauchen. Da ist ein Strudel. Ja, natürlich muss ich da rein. Nein. 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 ja eine hülle war das jetzt ganz langsam leute geschafft ein herzteil ja nur noch drei herzteile eines davon müsste martha haben und wir haben wieder volles so schön ist das was soll denn da links sein da glänzt irgendwas das ist unser zeitportal und jetzt müssen wir aber den weg wieder zurück schaffen okay hier geht's nicht weiter nein nein so hier kommen wir nicht weiter auch hier komme ich nirgendwo hoch und ja auch nicht okay dann können wir wieder raus leute es ging hier wohl nur ums herzteil aber schön dass wir es gefunden haben so wo sind wir jetzt eigentlich nochmal hier kommen wir nicht mehr weiter oh nein eine gaschernuss und es ist ein ring in der nuss wir müssen irgendwann mal wieder schätzen leute wie viele gaschernüsse habe ich eigentlich falsch sechs stück wir könnten noch mal einen hier pflanzen falls wir noch mal wieder hierher kommen so also hier sind wir jetzt komplett durch leute genau da unten rechts gibt es noch mal ein bisschen was zu schwimmen aber dafür müssten wir es wieder erstmal wieder in die vergangenheit da war ich glaube ich schon genau und jetzt geht es hier weiter aha so da kam ich her und da bin ich aber nach unten genau da können wir erst drei meter zu uns vorbeilassen nach unten gab es aber noch einen weg nach links und den würde ich jetzt gerne gehen war das der oder gab es da noch einen es gibt tatsächlich zwei da du w w w Bis zum nächsten Mal.